Hallo, mein Name ist Maximilian Knoppe, ich bin von der Firma PCE und ich präsentiere Ihnen heute das LUX Messsystem LXT. Dies kann man zum Beispiel verwenden, um die Sonnenstunden zu kontrollieren und wiederum Leuchtmittel einzuschalten. Das LXT System besteht zum einen aus einem LUX Sensor, das ist dieser hier. Wir haben hier einen Messbereich von 0 bis 50.000 LUX. Dieser wird wiederum angeschlossen an den Transmitter, das ist dieser hier. Diesen Transmitter kann man an eine Adapterschiene anschließen. Diese Schiene ist dafür vorgesehen, um die Montage an Wänden zu ermöglichen bzw. an Hutschienen. Hier werden auch gleichzeitig alle Kabel angeschlossen, die für den Transmitter vorgesehen sind. Den Transmitter kann man wiederum an dieses Display anschließen. Hier werden die Werte entsprechend angezeigt und dieses Display regelt entsprechend dann auch die Relais. Wir haben zwei Relais hier vorhanden. Diese schalten mit 5 Ampere bei 230 Volt und können dann wiederum entsprechend Lampen oder Alarmsysteme schalten. An den Anschlüssen 1 und 2 kommt die Versorgungsspanning dran. An den Anschlüssen 3 und 4 haben wir das erste Relais. An den Anschlüssen 5 und 6 haben wir das zweite Relais. Beide Anschlüsse können wiederum mit 5 Ampere beschaltet werden. An den Anschlüssen 7 und 8 haben wir die Versorgungsspannung von Sensoren. Und an den Anschluss 15 und 16 haben wir die Datenübertragung bis 20 mA von dem Transmitter. Des Weiteren haben wir noch Montagehalterungen für das Display, um das Display wiederum an Schaltschränken zu montieren. Nun werde ich das System einmal in einem Schnellverfahren zusammenbauen. An den Anschlüssen 5 und 8 haben wir die Datenübertragung bis 20 mA von dem Transmitter. So, ich habe nun den Aufbau abgeschlossen und anhand eines Anwendungsbeispiels, zum Beispiel für Gewächshäuser, werde ich Ihnen nun das System einmal kurz erklären. Den Lichtsensor könnte man zum Beispiel außerhalb montieren. Dieser überwacht durchgehend die Lichtstärke. Die Lichtsignale werden entsprechend an den Transmitter weitergeleitet. Der Transmitter wandelt dann entsprechend die Signale in ein 4 bis 20 mA Signal. Und das Display zeigt diese Werte entsprechend an. Am Display selber haben wir, wie bereits erwähnt, zwei Relais vorhanden, die wir programmieren können ab einer bestimmten Lichtstärke, dass dann weitere Beleuchtung aktiviert oder deaktiviert wird. Dies kann ich jetzt einmal simulieren, indem ich meine Hand über den Sensor halte. Dann werden Sie sehen, dass die Beleuchtung entsprechend eingeschaltet wird. Lasse ich nun meine Hand los, wird die Beleuchtung direkt wieder ausgeschaltet. Weite technische Daten und auch Zubehör finden Sie auf unserer Internetseite www.pce-instruments.com Die Beleuchtung Untertitelung des ZDF, 2020